Horizon Zero Dawn bietet einige fette Kämpfe, zum Beispiel da, als ich mich wieder einmal in der Brutstätte Sigma aufgehalten habe. Also lange Rede, kurzer Sinn, du hast bei den größeren Gegnern, und die werden auch so sehr gut vorgestellt, der erste große Gegner ist in dieser Brutstätte Sigma, ohne jetzt großartig zu spoilern. Und zwar, dir wird angezeigt, was für ein Level er hat, hier sehen wir, er ist Level 18, also deswegen war es auch kein Wunder, dass ich da nicht weit gekommen bin. Unten drunter steht dann der Name, der Feuerbrüllrücken, und dann steht dran, was für eine Schwäche er hat, und was für eine Stärke er hat. Jetzt hier in dem Fall ist es Stärke Feuer, das Flammensymbol, und einmal Schwäche Eis auf seinem Laufgestell. Wenn du da natürlich keine Eispfeile bauen kannst, brauchst du nicht großartig da bei dem rummachen. Je nachdem, wo du welche Körperteile du von ihm scannst, kriegst du andere Informationen. Dieser gelbe Tank, der auf seinem Rücken oben drauf war, ist hier im Bereich der Blitze gut sichtbar, diese gelben Bereiche, die sind relativ anfällig für Sniperpfeile. Da musst du dann am besten drei Stück auf einmal immer drauf schießen. Allerdings, wie gesagt, wenn du halt, sagen wir mal, drei, vier, fünf Levelunterschied hast zu dem jeweiligen Gegner, dann ist da nicht wirklich schnell viel zu bewegen. Also den Levelunterschied merkt man natürlich auch nochmal, plus dann den hohen Schwierigkeitsgrad. Es ist auf jeden Fall sehr fair gemacht, du weißt, habe ich eine Chance, habe ich keine Chance. Hier wird er jetzt als freundliche Maschine nur angezeigt, weil er noch kurzzeitig in dieser Bubble drin ist und wenn du dann seine Konstruktionen abschließt, dann wird er zur unfreundlichen Maschine, wie man dann unschwer feststellen darf. Also das nochmal zur Information, jeder Gegner hat einmal einen Schwachpunkt und einmal einen Stärkepunkt. Mit deinem Scanner, den du am Ohr trägst, kannst du diese Schwachpunkte und diese Stärken relativ einfach rausfinden. Du musst auch seine Körperteile am besten scannen und kannst dann sehen, was für eine Pfeilart habe ich und wie kann ich ihm am besten Schaden zufügen. Und wenn du halt siehst, dass der Gegner auf Ultraschwer 3, 4, 5 Level höher ist wie du, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du bis zu einer halben, dreiviertel Stunde brauchst, wenn es gut läuft, um den Gegner zu legen. Ist eine schöne Herausforderung, definitiv fühlt sich sehr gut an, fühlt sich sehr fair an. Du musst aber halt die Zeit haben. Das muss bewusst sein, dass du die Zeit dafür brauchst. Das war's auf die Schnelle. Es ist ein großartiges Spiel, ich kann es definitiv nur empfehlen. Ab heute streame ich es auch weiter, das ist heute mein fünfter Stream-Tag, wir haben jetzt 24 Stunden im Spiel, also effektive Spielstunden und auf Twitch.tv slash Kalexis geht das Stream weiter von 16 bis 21 Uhr jeweils täglich, außer am Wochenende, da laufen zwei Tage mit MMORPGs Final Fantasy 14 online und The Elder Scrolls online jeweils einen Tag. Schau gerne vorbei und wenn du Fragen hast zum Spiel, hau alles raus, hau es in die YouTube-Kommentare oder frag mich einfach direkt, das ist die einfachste Art und Weise, bei mir im Stream. Man darf bei mir im Stream sämtliche Fragen zum Spiel stellen, auch wenn sie gerade erst vor kurzem gestellt worden sind, ist es völlig wurscht, hau einfach alles raus. Ich freue mich sehr auf dich, wünsche dir einen wunderbaren Tag, einen hoffentlich nicht allzu heißen Tag und gerne vielleicht bis später im Stream. Ciao, ciao.